Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Und willkommen zurück bei Catherine. Und ich musste so viel nochmal neu machen, weil man kann anscheinend nur bei meinem Café speichern mit dem Handy. Anders geht's nicht. Aber wir sind zurück bei Catherine. Ihr solltet den ersten Part sehen, um uns zu sehen, um was es geht. Ich bin sehr gespannt. Lass uns aber mit ein paar Schafen reden. Kennen wir uns nicht. Ja, ja, bla, bla, bla. Ja, bring mir was Neues bei. Okay. Ich seh's. Ja, okay. Ja, das ist eine ganz chillige Technik. Okay, vielen Dank. Ah. Okay, das ist cool. Vielen Dank. Okay. Noch eine. Ah, die kenn ich. Die kenn ich bereits. Die kenn ich bereits. Das ist dieser Zeppen-Move. Ja, den kenn ich auch. Das ist verrückt. Hast du das gewusst? Ja, klar. Okay. Ich werde die Techniken lernen. Okay, ich werde jetzt nicht mit jedem hier reden. Vielleicht noch mit dem, der sieht witzig aus. Hi, Freunde. Okay, alles gut. Ich gehe nochmal weg. Ich habe keine Zeit, um mit so einem kranken Video zu reden. Aber jetzt kommt die zweite Frage. Wahrscheinlich im Beichtstuhl. Okay, let's go. You're here, Lost Lab. Ja. Ups. Okay. Zweite Frage. Oh. Alleine sein macht mich doch nicht nervös. Mich macht Gemeinschaften extrem nervös, weil richtig viele Leute da sind. Das macht mich richtig nervös oft. Also wenn auch viele Leute mich anschauen, es ist einfach unangenehm, irgendwie in die Gemeinschaften. Definitiv. Definitiv. Oh, das geht in die böse Richtung. Oh. Was würdet ihr sagen? Schreibt in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare. Oh, okay. Es gibt also ein Ende hier und wir müssen alles schaffen. Und ich gehe mal davon aus, dass es schwerer und schwerer und... Ich will mal sehen, wie die Antworten waren auf die Frage. Die Antworten der anderen liegen vor. Okay, mal schauen, was die meisten gewählt haben. Gemeinschaft. Okay, das haben nur Männer gewählt und jetzt gehen wir zu Frauen. Und Frauen haben dasselbe gesagt, aber... Frauen fühlen sich in der Gemeinschaft wesentlich unwohler als Männer. Ja, okay. Also Männer mögen es mehr mit anderen Leuten zu sein, schätze ich mal. In Ordnung. Geht es jetzt mit der Story weiter? Oder muss ich noch ein Puzzle überqueren? Ich muss wahrscheinlich noch ein Puzzle machen. Ja, ich werde das ein bisschen mit den Puzzlen überspringen müssen, denke ich. Weil es dauert sonst so lange. Oh mein Gott, wer ist das? Oh mein Gott. Okay. Ach du Scheiße. Lol, what the fuck. Oh mein Gott. Okay, kein Problem, ich werde nicht sterben. Ein Paar gesagt, das getan wahrscheinlich, aber egal. Okay, ich stehe hoch. Was ist das? Yay. Blücke umwandeln. Oh, das ist cool. Das ist sehr cool. Gib mir das. Gib mir die Kohle. Gib mir die Kohle. Danke. Danke. Oh so. Ich hoffe, das ist richtig, was ich hier tue. Ich muss hier schnell überlegen, weil wir haben echt nicht lange Zeit. Oh shit. Hat sie mich geduldet? Nein, hat sie nicht. Ah, sie hat die Blücke umgewandelt. Okay. Das war fies. Bitte du das, tu das nie wieder, bitte. Danke. Kenne mir. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Gib mir das. Vielen Dank. Okay, die will wirklich, die hat glaube ich Hunger. Du hast ein bisschen Probleme. Nein, nein, das ist nicht gut. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh my god. What the fuck war das für ein Tot? Au. Mach schnell die Treppe. Mach schnell die Treppe. Mach schnell die Treppe. Okay, siehst du, stört alles tot. No problemo. Ich parlai Italiano. Und jetzt bei der Checkpoint. Oh my god. Das war ein schweres Level. Sehr schwer sogar. Aber no problemo. Parlai Italiano. Ihr seht, alles gut. Oh, können wir den Bob drauf? Es geht gleich kaputt. Oh, schnell. Okay. Jetzt geht es aber richtig schnell. Die würde mich sonst aufstechen wieder. Dein Ernst? Wieso machst du jedes Mal den schönen Boden kaputt? Ich verstehe das nicht. Der hat ja nichts getan. Okay, vielleicht ist sie die Person, die mich tot haben will. Und deswegen, wieso ich hier bin in diesem Traum. Wo, wenn ich im Traum sterbe, dass ich auch im realen Leben sterbe. Ja, wahrscheinlich ist sie diejenige, der dafür verantwortlich ist. Kann ich wetten. Okay. Frick. Hier. So. Ich hoffe, ich hoffe, es ist peilig, peilig. Holy shit. Ist das gerade knapp. Oh my god. Oh, was soll ich machen? Was soll ich machen? Oh nein. Ich hab Block erzeugen. Erzeugen Block. Yes. Oh nein. Gib mir den. Gib mir den. Gib mir den. Oh my god. Ich hab ein Problem, glaub ich. Da ist das Ende. Beilig. Oh my god. Yes. Oh, das war so knapp. Oh oh. Oh oh oh. Geh einfach in die Tür, du Dulli. What the fuck? Oh. Braut haben wir oder sowas gestorben. Aber egal. Hat keiner. Hat keiner gesehen. Oh man. Ich liebe dieses Puzzle-Spiel hier. Das muss man gespielt haben. Oh nice. Okay. Sind das Babys? Baby Engel oder sowas? Die Story geht weiter. Ja. Oh. Ja. Ja. Hm? Ja. Das ist echt cool. Das ist eine große Herausforderung, was ich? Ja, wer möchte sich auf die Karte halten? Als ich zwei Leute zusammen bin, ist es okay, was ich? Es ist zu sein, was du? Es ist ein bisschen Surprising. Du kennst dich mit der meisten Mädchen. Als sie als sie ein Kind sind, all die können sich über die Karte halten, was sie nicht? Aber es gibt Mädchen wie du da. Ich wusste nicht. Das ist nicht so witzig, was es? Männer sind nicht die einzigen, die sich schädigt werden. Ich will das so. Was ist das? 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 Okay. Oh mein Gott. What the fuck ist grad geschehen? Ich weiß gar nicht wie ich darauf reagieren soll. Ich hab da einfach so ein Grinsen im Mund. Im Gesicht. Was ist das? Ist das hier? Gibt's da Sushi? Ist das Sushi? Gibt's Sushi? Oh lecker lecker lecker! Was lieben wir so schön? Sind wir jetzt wieder in der Bar? So shit, oh my god. If you're gonna whine, you shouldn't have done it, dumbass. Well, no shit. I wish I could just live all carefree like you. Don't you realize there's nothing you can do, you schmuck? No matter how good you are to a woman, you never know if she'll stab you in the back. Well, if you're gonna ditch the new girl, hook me up. She's cute, right? You got a picture of her? Nice. No, I don't have her pic. She's not your type, anyway. Come on, how do you know that? Because she's my type. Oh, I'm so fucked. Hey, have you heard the rumor about the dream, where you're falling? The dream about us, about me. Come on, if you fall and die in the dream, you'll die in real life. My friend's boyfriend almost died. Isn't that scary? How do you know, were you able to see his dream? Hey, are you okay, man? You don't look so hot. Oh, I guess I'm going to die. I guess I didn't really get my sleep last night. Obviously. Anyway, you're way too freaked out over a one-night stand. Hey, you paying attention? Listen, man. Oh, man. Schwere Situation. Schwere Situation. Ich glaube, ich mag einfach beide. Beide gleich doll. Und es wird jetzt entscheiden, ob ich böse oder schlecht gut sein werde, wenn ich halt nehmen werde. Wahrscheinlich gehe ich mal von aus. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, ob das Spiel zwei Enden hat oder drei oder vier oder. Nur eins. Oh, really? Ich weiß nicht, dass einer von ihr euch gesagt hat, dass sie mit mir gesagt hat. Ah, wenn diese Mädchen war süß, sie definitivt erinnern. Sie wissen, ich muss sagen, ich weiß nicht, dass ich sage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Was? Du schiefst? Wernst du nicht über die Verkunftslande? Warum sagst du es louder? Serious? Stopp' zu schiefst und schiefst! Ich glaube jemanden auf Mars nicht richtig gehört! Ich glaube jemanden auf Mars hat dich nicht gehört! Lachen, Vincent! Lachen von den Lachen! Nicht mich so nennen! Jetzt wirst du wissen! Lass mich alleine! Na gut, na gut, erzähl mir über diese Frau! Oh Gott... Apparently, sie ist Destiny-Level-Cute. Lass diese Frau aus! Bist du schiefst? Findet ihr Soul-Mate ist großartig! Ich bin total schiefst! Sie, jackasses, besser nicht sagen das zu ANYONE außerhalb der Bar! Ich bin ernst! Mann, wir wissen die Drill! Sag, hast du gehört? Es scheint, dass Boss ein bisschen ein Spieler in der Zeit und brachte mehr als sein Herz. Verstehst du, wie er die Tachy-Sunglassen ist in der Tür? Sie sagen, dass er die Tachy-Sunglassen ist, um ihn zu schützen. Ja, richtig! Das Spiel hat so viel Story, ich kann nicht mal was erzählen. Aber diese Brille, die manche Leute tragen, wenn sie auch irgendwo drin sind, das ist meistens so ein Markenzeichen bei vielen. Oder sie mögen es einfach nicht, wenn man in die Augen schaut. Irgendwie sowas wird es schon sein. Aber das Spiel ist wie so ein Film. Ich weiß gar nicht, wieso ich es nie gespielt habe. So damals vor allem. Wäre dann merkwürdig. Ok. 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 Kann ich erstmal speichern? Speichern. Und... Ja, wir speichern erstmal. Ok, ich speichern erfolgreich. Yay! Ähm... Wir müssen uns jetzt... Ich glaube, Bene. Ja, wir können uns jetzt bewegen. Lol, wie ich gehe. Hahaha. Ähm... Wo soll ich hingehen? Ich gehe mal zu den Frauen. Das ist Zwillinge. Nein, nein, nein! Ich gehe mal zu den Frauen. Ich gehe mal zu den Frauen. Okay. Ah. Ah, also, das hat was mit uns zu tun, weil wir klettern ja auch im Berg. Ähm, ja, ich stelle einfach mal auf und gehe weg. Bye-bye. Ihr seid echt nett, aber ich glaube, wir müssen jetzt unsere Zeit verschwenden. Lass uns mit ihr reden. Die ist richtig nice. Dooooch. Naja, du hast diese Träume, also muss es ja real sein. Ähm, ich setze mich mal da hin und rede mal mit dem Boss. Geht das? Ja, es geht. ...neu news recently. Es ist nichts but stories about those deaths. Er hat gesagt, dass es viele Menschen, die in der gleichen Weise sterben. Erika sagt, dass die Leute glauben, dass es eine Kürze, dass wenn eine Frau ist scorned von einem unvergültigen Mann. Unvergültiger Mann, die zu kürzen. Ähm, wenn wir ganz ehrlich zueinander sind, irgendwie fand er sie ja schon heiß, weil er hatte ja auf sie gestarrt und er konnte einfach ihr nicht widerstehen und man kann immer nein sagen, so ist es nicht, also er hätte sie einfach weg, keine Ahnung, nicht wegtreten können, hätte er machen können, aber, ähm, er hätte einfach nein sagen können, also ich weiß es nicht genau. Wow, ich meine, er war zwar betrunken, aber selbst da, äh, kann man trotzdem noch entscheiden, denke ich mal. Wow, ich bin voll böse, Alter, what the fuck. Mhm. Oh, wir haben eine neue... Okay, wir haben eine neue Nachricht auf meinem Handy. Äh, wer hat mir geschrieben? Schon wieder so ein Scheiß mit Glückwunsch? Level 2, ich weiß. Vielen Dank. Ich brauch deine Wort nicht. Hab ich noch eins? Nope. Muss leicht pinkeln, weil ich hier wahrscheinlich in der Bar bin ich gerade. Okay, äh, Fernsehnachrichten. Puff. Ähm. Wollen wir kurz mal mit ihm reden? Ja, lass uns kurz mal mit ihm reden. Oh, vielleicht sind das die anderen Schafe. Hier vielleicht... Oh nein. Oh. Äh, mag sein. Äh, mag sein. I wonder. I see. Excuse me. Where were we? Oh, yeah, the legend. Anyway, in my research, I found records indicating that similar cases occurred in 100-year cycles. Many men died last time as well. It's the truth. Wow. Every 100 years, huh? I found a strange variation on this legend going around too. Hmm? There's a man who survives it. Survives the dreams? Very, very rarely, there's a man who is cursed but doesn't die. Isn't that interesting? It's said that the survivor is granted one wish. If he wished for eternal youth, he might still be around. It's like a magic lamp. Ooh. This is what you're coming up with. You have a wish in mind for yourself? Hmm, to live forever? Not too typical? Me? I wish for something different. Like what? I may wish to change the past. Like someone kill me. I wish for that? Wow. That was a great wish. Oh, schon wieder? Das ist, ich glaube, das sind übrigens wirklich auch die anderen Schafe, die wir im Traum haben, weil sie auch Scheiße gebaut haben oder irgendwie sowas und auch jetzt verflucht sind. Was ist das denn? Äh, Catherine. Äh, bist du wieder trinken gegangen? Ich kam heute bei deiner Wohnung vorbei, aber du warst nicht da. Ja, ich möchte mit dir über etwas reden, aber ich warte bis morgen. Ach ja, deine Wohnung ist dreckig. Ich hab dir gesagt, du musst den Müll öfter rausbringen. Ich habe es diesmal getan, aber kümmere dich etwas mehr, okay? Das war alles. Gute Nacht. Okay, Antwort. Hat sie anscheinend nichts bemerkt. Sorry, ich war nicht daheim. Ähm, einfach schlechtes Timing, würde ich sagen. Ich getrinken, wann ich will. Fass meine Sachen nicht an. Sorry, ich war nicht daheim, so. Worüber wolltest du reden? Wir reden morgen. Worüber wolltest du reden? Das würde ich schreiben. Möchtest du jetzt reden? Aber du willst, ähm, bestimmt nicht mit mir reden, wenn ich betrunken bin. Ich glaube, ich weiß, dass du mir, was du mir sagen willst. Du möchtest jetzt reden? Okay, ich glaube, ich nehme das hier. Ja. Das tut mir alles sehr leid. Morgen bin ich total aufmerksam. Äh, okay, ich verstehe. Nehmen wir das hier. Morgen bin ich total aufmerksam. Ciao. Oh, warte mal. Nein. Machen wir das schon mal weg. Gute Nacht, Catherine. Ciao. Gute Nacht, Catherine. Das ist besser. Ja. Oh, okay. Jetzt bin ich wieder in die gute Seite gegangen. Mal schauen, wo ich zum Schluss lande. Okay, ähm, vielleicht können wir nochmal kurz speichern. Weil, ja, einfach nur darum, weil ich Lust habe. So. Ich muss Pipi machen. Ne, also ich muss auf Klo, immer wenn ich Getränke sehe. Ähm. Wir können, oh, wir können hier auf Klo. Das ist sehr gut. Ich bin so lustig, wie er läuft. Irgendwie voll witzig. Wasch Face. Okay. What? What? What did you see? Tonight you'll visit the torture chamber. Don't forget your boxers. Oh, oh. Oh, oh, jemand hat mit mir gesprochen. Kann ich noch weiter ins Klo gehen? Oh, ah, ne, okay, ich dachte schon. Okay, do, okay, smokey, okay, mo, okay, mo, okay, do, okay. Ähm. Mit wem soll ich reden? Ich glaube, ich gehe wieder zu meinen Freunden zurück. Hi, Freunde. Sup. Ja, ich glaube, Catherine will dann, dass wir sterben. Oder so. Hey, Paul's been here a few times, right? Yeah. He was a classmate of ours back in high school. I ran into him just the other day. Seriously? How was he? We just traded greetings, but he looked fine. Maybe I should have paid more attention. Hey, it's not your fault, man. Hm? Yeah, I guess. Haha. Okay. Ähm. Lass uns mal mit Tobi reden. Oder wir können auch trinken, um Zeitwissen zu verschwenden. Das geht auch. So. Wenn du etwas... Oh. Äh, warte mal. Desto betrunkener Vincent ist, desto schneller wird er sich in seinem Aultron bewegen. Okay. Ist es gut, oder nicht? Nochmal. Wo ist der, wo ist der, äh, wie, äh, der Nächste, wo mir angezeigt wird? Haha. Oh, nochmal. Ist das positiv oder negativ? Okay. Okay. Nö. Nö. Okay. Hey, das ist cool. Oh, cool. Voll witzig. Erika. Hey, Erika. Whisky, Beer, Cocktich, Sake. Nehmen wir ein Cocktail. Okay. Danke. So gemein. So fies. Äh, nochmal trinken. Und dann werde ich wahrscheinlich nochmal rumgehen. Ich will testen, was damit gemeint ist. Es ist nicht so, dass ich nur entschuldigen kann und alles wird okay. Normal. Also ich, ähm, ich sag mal so, Alkohol ist eine interessante Sache, aber ich trinke keinen Alkohol. Deswegen, dieser Tipps, die er mir gegeben hat, ähm, ne, genug für heute. Ich trinke keinen Alkohol, aber sowas zu wissen ist ziemlich interessant. Vielleicht trinke ich ja irgendwann mal. Ich trinke nämlich nur am Weihnachten oder so. Ich glaube, wir müssen immer noch mehr Zeit verschwenden. Definitiv. Okay, ähm, kann ich hier vielleicht einfach spielen oder so? Kann ich. Oh. Das ist cool. Klar, wieso nicht? Was ist das? Oh yeah, das ist cool. Das ist ja chillig. Nee, das ist auch geil. Passt zur Bar. Das, das oder das finde ich am besten. Ich nehme einfach das hier, egal. Okay. Das hat was. Zum Nachdenken, wisst ihr, ich meine. Spielautomaten. What the fuck? Ja, mag ich gerne. Und damit kann ich mehr Zeit beschwenden. Okay. Oh nein. Oh. Ja, es ist wirklich. Äh, aufhören. Nein. Ich will jetzt nicht spielen, weil das ist wahrscheinlich genau dasselbe. Wenn man nicht weiterkommt oder irgendwie sowas. Lass uns mal mit denen reden. Kann es sein, dass das auch Schafe sind? Und kann ich langsam aus der Bar gehen? Ich will nochmal mit ihr reden. Hey. Hey. Alter, das ist fies. Was ist das? Keine Ahnung. Muss ich, muss ich jetzt die ganze Zeit hier bleiben? Oder? Zurück nach Hause. Hätte ich die ganze Zeit nach Hause gehen können? Oh man. Äh, ja. Pff. Scheiße. Aber ich glaube, man kann nicht immer sofort nach Hause. Oh nein, ich glaube, ich habe auch gar nicht gespeichert. Und ich muss pinkeln. Das ist ein großes Problem. Das ist ein sehr großes Problem. Ich muss mich so doll pinkeln, dass ich gar nicht mehr aushalte, aber schon einiges. Oh, ich will einfach mal wissen, wie es dort weitergeht. Jetzt besäuft er sich wieder immer noch. Ah, jetzt ist das Bier. Okay. Ähm. Und jetzt schlafen wir wieder ein. Armer Kerl. Oh nein. Oh nein. Oh, oh. Jetzt schläft er wieder ein. Ganz ehrlich, ich würde wach bleiben und gar kein Alkohol trinken, aber wenn man Alkohol trinkt, dann schläft man einfach früher später ein, glaube ich. Keine Ahnung. Aber ich glaube, kann man mit Alkohol besser schlafen? Ja, ich glaube ja, aber am nächsten Morgen geht es einem dann richtig, 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 richtig schlecht. So war das irgendwie. Keine Ahnung. Das ist voll komisch, weil da müsste ja jeder von den Personen hier, weil das sind alles Menschen, nur wir sehen uns gegenseitig als Schafe, müssten ja quasi, ähm, 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 zur selben Zeit schlafen gehen. Wisst ihr, was ich meine? Folterkammer, erste Etage. Okay. Aber ich glaube, ich würde die Folge dann hier stehen lassen. Oh, der Haupt... Okay. Jetzt gibt's noch Fallenblöcke, oder was? Oh mein Gott, dein Ernst? Oh, das ist heftig. Das ist sehr fies. Kann ich, äh... Ah, okay. Wisst ihr, was da mache ich das noch kurz? Scheiß drauf. Was soll ich machen? Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich irgendwie... Kann ich einfach drauf? Ah, oh. Aber es geht nur einmal, oder? Okay, beilig, beilig, beilig. Ach, du Scheißmist. What the fuck ist das? Wieso ist dein Buch? Oh nein, 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 geh hoch. Oh nein. Ah, das war nicht gut. Okay, wie auch immer. Machen wir es so. Das müssen wir runterschieben, glaube ich. Oh shit. Oh nein, oh nein. Ich bin tot, ich bin tot. Bin tot, oder bin ich tot? Oh mein Gott. Ich lebe noch. Okay. Bist du tot? Hä? Aktivierst du das nicht, oder? Oh nein, ich glaube... Habe ich gerade selber verschissen? Ich habe gerade verschissen, glaube ich, oder? Komm schon, nicht verscheißen, nicht verscheißen. Ah, sobald die M aktiviert worden ist alles gut. Verpiss dich doch mal. Boah, du nervst so hart, ne? Das ist richtig, ich geh weg. Ich muss jetzt mal eine Treppe machen hier. Kannst du bitte weggehen? Oh mein Gott, dieser Typ nervt so hart, ne? Danke. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, nimm mein Kissen weg. Du willst nicht sterben, oder? Ja. Ich habe ihn runtergestoßen, den Loser. Alter, hat der aufges... Hat der genervt? Habt ihr das gesehen? Wie du nervst? Geh weg. Keiner liebt dich. Das ist die Wahrheit, du Loser. Oh nein, das zeigt der Boot. Egal. Ähm... Wie soll ich das machen? Ich glaube... Ne, Moment mal. Es ist... Nein, das war keine gute Entscheidung. What the freak? Ähm... Ich habe gar keine Ahnung. So vielleicht? Oh nein. Das war gerade gar nicht gut. Vor allem jetzt kommt der Loser auch noch her. Oh nein. Was soll ich machen, bitte? Ich hoffe, ich mache es richtig. Oh nein, nein, nein. Komm her, komm her. Du musst herkommen. Jetzt habe ich eine Treppe gebaut. Jetzt habe ich einen zusätzlichen Block. Womit ich normalerweise hier hinkommen sollte. Okay. Der Typ steht da. Oh. Danke fürs aktivierende Fallen. Das war nicht witzig. Der arme Kerl. Oh nein, pass auf. Aber vielen Dank. Ich meine, die aktivieren alle Fallen. Und wenn die extrem nerven. Geh weg. Habe ich den ersten aufgerade? Einfach so. Okay. Vor allem wie einfach dieses... Wie das einfach verschwindet. Oh nein, jetzt kann ich nicht runter. Jetzt kann ich. Ne, Moment mal. Was tue ich da gerade? Ich habe keine Ahnung. Sorry. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade tue. Ich bin schrecklich. Ich drücke viel zu viele komische Sachen. Ah, ich kann jetzt hoch. Jetzt kann ich hoch. Das ist sehr gut. Und nach links. Nach links. Ah, wieso gehst du nicht nach links? Oh mein Gott. Kontrollpunkt. Okay, wir machen es nochmal. Shit. Er wollte nicht nach links gehen. What the freak? Wo bin ich jetzt? Verpiss dich. Ich kann immer hack dich. Shit. Was ist dieses Buch da überhaupt eigentlich? Keine Ahnung. Äh, so? Aber jetzt komme ich nicht hoch. Ne, jetzt komme ich nicht hoch. Scheiße. Oh mein Gott. Nein. Oh. Da war das Ende. Da war das... Oh. What the fuck? Wenn ich jetzt ganz schnell hochleine. Ne, geht das? Oh. Oh. Oh mein Gott. Ich bin so oft gestorben. Ohne Scheiße, Alter. Das ist Challenge. Das ist schwer. Es ist schwer, aber es macht Spaß. Okay, ich denke, wir hören uns jetzt noch kurz an, was ihr zu sagen habt. Und dann werde ich die Folge auch für diese erstmal beenden, weil die geht schon länger, als ich wollte eigentlich. Aber ja, was soll ich machen? Es speichert. Es speichert, aber ich habe davon nichts gesehen. Aber okay, wisst ihr was? Wir lassen hier noch kurz zu Ende reden. Äh, okay, hier gibt es nichts zu sagen. Okay. Dann werde ich den Part gleich hier. Also, schau mal in den Beschreibungen auf die Links. Vielen Dank, was ich sage. Ich hoffe, wenn es gefallen hat, zeigt wie. Beres. Müsst du einen Like an das Video. Schau auf meinem Kanal vor mir. Vorbei, mehr Videos. Schau nicht. Bisschen ab. Oder abonniere jetzt. Und bis zum nächsten Mal. Wenn dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich, wenn du noch 3, 2, 1. Schau. So. Musik. – Edi. – Edi. – Edi. – Edi. Bis zum nächsten Mal.